Schneid's dann mal so zusammen, dass wir gewonnen haben insgesamt. Sollen wir da jetzt noch nen Siegelschrei aufnehmen so schnell so? Siegelschrei? Ja, das ist doch ganz... Das ist so, dass du ihn so perfekt noch einfügen kannst. Nice gemacht! Das ist geil! Und dann schreibe ich mich dann willkommen zu einer kleinen Runde Bad Wars. Und zwar heute mit dem lieben Nest Flo, der dancht dir gerade schon ein bisschen ab. Hallo! Hallo! Ich kaufe mir einfach direkt Blöcke, okay? Ich baue mich direkt in die Mitte. Wäre wahrscheinlich ganz gut. Ich werde auch direkt nachkommen. Ich hoffe mal, wir sind die ersten vielleicht in der Mitte. So... Wirst ja ganz gut klappen. Hast du genug Blöcke? Bestimmt, oder? Ich habe genug... Ja... Könnte knapp... Oh ne, es reicht, es reicht. Aber komm nicht mehr zurück. Hä? Hier ist gerade kein Gold. Hat das schon jemand gekriegt? Ja, da war schon jemand. Oh, hier ist neues gespawnt. Hier ist neues gespawnt, okay. Perfekt, okay. Ich bin safe, ich bin safe. Ich habe vier Gold für einen Bogen. Beziehungsweise, warte, ich lege dich hier auf dem Weg Eisen hin. Dann kannst du es auch noch mitnehmen. So, okay. Und dann... Achso, perfekt. Dann schau mal, ob du vielleicht noch was kriegen kannst. Grün kommt, grün kommt, grün kommt. Zu uns? Oh nein, oh Gott. Oh, 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 oh. Ich habe gar nichts im Moment. Okay, Achtung, er kommt, er kommt wirklich jetzt. Wo ist er? Ach, bist du das... Achso, bist du das... Hä, wo... Er baut schon den Block ab. Was? Was? Alter, hä? Ich habe doch gesagt, du kommt. Ja. Ja. Nein. Ja, jetzt wird er mich halt einfach willkommen hier mit der Spitzhacke, denke ich mal. Okay, lass. Nein, der ist down. Ach Gott, das ist blöd, ne? Ah. Oh Mann. Das lebe ich jetzt nicht so gut. Also vom Equipment sind wir tatsächlich relativ gut dran, scheinbar. Ah, fuck. Rot darf nicht zurückkommen. Die haben Gold. Die haben Gold dabei. Okay. Oh, ich habe ihn gekriegt noch. Ich habe ihn gekriegt. Der hatte Gold wahrscheinlich. Lass mal in die Mitte gehen. Gold holen. Okay. Oh nein, 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 nein. Ich werde sterben. Oh, fuck. Hast du keine Blöcke? Nein. Nein, deine Maut. Nein. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Alles gut. Okay. Wo ist der Grüne? Ist der tot? Der ist da oben. Gelb, 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 gelb. Gelb. Oh, er ist auch... Hinter uns grün. Nein. Oh, fuck. Wie viel Leben hast du? Wie viel Leben hast du? Hälfte, 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 Hälfte. Das ist ein bisschen komisch, was die hier machen. Die wollen die ganze Zeit rushen noch hier. Die wollen zu uns irgendwie die ganze Zeit, ja. Okay. Oh, da hat er hochgeschossen. Wollen wir einfach beide zusammen auf den rauf? Wir haben gute Schwerter. Wir kriegen den. Okay. Ja, dann lass mal drauf. Lass mal drauf. Okay. Okay. Und los. Okay. Ah, der hat auch... Oh Gott. Ja, ich habe ihm gut gegeben. Pass auf, pass auf. Nein. Oh, fuck. Nein. Scheiße. Fuck. Nein. Ah, okay. Das könntest du schaffen. Wenn du geradeaus rüber gehst, der ist gerade nicht dort. Ja. Ne, ne, ne. Nicht hochbauen. Geh geradeaus rein. Weil der hat glaube ich... Ne, der hat keinen Bogen. Die haben keinen Bogen. Sonst hätten die dich längst runter geschossen. Okay, der baut sich auf. Dann komm, brauche ich noch ein bisschen höher. Kriegst du noch schön ein paar Schaden um drauf. Okay. Genau. Jetzt rüber bauen. Ich sag dir, wenn sie sich wieder hochbauen, die bauen sich im Moment gerade einfach ein dort. Na ja. Ist wahrscheinlich auch das Klügste. Ja klar, weil wenn du jetzt da reinkommst, dann werden die dich einfach tot... Also, hauen wie nur was. Aber... Boah, es wird spannend. Es wird jetzt auf jeden Fall spannend. Okay, der Typ ist unten, der Equipte. Der ist rausgegangen. Der Equipte-Typ ist raus. Okay, jetzt abbauen. Er kommt hoch. Er kommt hoch. Ich hab's. Hast du's abgebaut, den Glock? Ja, aber ich bin tot. Ah. Scheiße, scheiße. Jetzt wolle pvp, der perfekte Name. Ist auch recht individuell. Heißt kaum jemand anderes. Ne, ist eigentlich ganz toll. Ich hab schon ein Weizen. Schau mal hier. Können wir das abernten, jedes Weizen? Ne, können wir nicht. Nö, leider nicht. Dann könnten wir hier so eine kleine Bäckerei machen. Man kann das aber zertrampeln. Dann haben wir ein Weizen. Echt? Ja, geil, ne? Oh mein Gott. Geil. Wir müssen in die Mitte bauen. Wir müssen in die Mitte bauen. Los. Nee, ich dachte in der Bäckerei jetzt, oder wie? Die haben sich in der Mitte schon alles an Gold weggesnackt. Ich glaube, du kannst dich auch jetzt relativ gerade rüber bauen, weil die Mitte ist ein bisschen tiefer unten. Ah, okay. Also, aber gerade. Wir sind eh schon ein bisschen weiter oben. Oh, perfekt. Da ist Gold gespawnt. Und Gold liegt? Da ist Gold gespawnt. Warte, ich spring. Zack. Verholst du dir das? Ja, ich nehme es mal mit schnell. Okay, wunderbar. Der Russian bringt ja hier nicht so viel, ne? Oh, fuck. Versuch zu gehen. Versuch zu gehen. Ich halte ihn auch irgendwie. Alter. Richtig will ich Knockback. Ich bin down. Ich bin... Ich baue mich gerade hoch. Ach, scheiße. Ich habe mich ein bisschen falsch hochgebracht. Okay, ich habe einen runtergefallen. Schaffst du es? Ich probiere es. Schnell, 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 schnell. Ich versuche den anderen dann runterzukicken, der dann hinter dir kommen wird. Spring, spring, spring und lauf. Okay, ich renne. Ich komme zurück. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, scheiße. Der kriegt irgendwie so gut wie keinen Knockback. Richtig, richtig wenig. Ich weiß nicht, ob es da irgendein Kid gibt. Er ist runtergefallen. Er ist gestorben, er ist gestorben. Er ist gestorben? Er ist gestorben? Okay. Ich habe Gold. Soll ich das hier mal hindroppen? Dann gehe ich wieder in die Mitte. Nö, mach sonst Bogen vielleicht einfach. Ich weiß aber nicht. Ich habe nur drei Gold. Das reicht für einen Bogen, aber nicht für einen Pfeil. Ach, nur drei. Ach so. Ich dachte, du hast vier. Ne, ich muss dann abhauen, weil der Typ dann kam. Okay, genau. Dann renne ich nochmal in die Mitte und probiere nochmal was zu holen. Der Respawnblock von Grün wurde zerstört. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich habe mich an allem vorbeigeschlichen. Ich habe ein einziges Gold gekriegt. Oh, hier kommt die aus uns. Okay, er kommt ohne alles. Oh, jetzt hat er umgedreht. Jetzt hat er Angst gekriegt. Okay, ich habe ihn. Okay, das ist sehr gut. Hast du eine Spitzhacke? Ich habe keine Spitzhacke, nein. Das ist ein bisschen gut. Okay, egal. Egal. Ne, zum Glück habe ich es hier bemerkt, weil sonst wären wir jetzt am Arsch. Ich weiß nicht, weißt du, wo man Eisen herkriegt? Weißt du das? Ja, da gibt es so eine Seiteninsel. Das habe ich gar nicht gesehen bis jetzt. Es sind tatsächlich nur noch die beiden blauen, ne? Okay, das ist gut. Die haben auch nicht so viel. Ich glaube, die haben nichts jetzt im Moment. Also, die haben keinen Bogen. Also, einer ist hier hinter dieser Mauer. Pass auf, ne? Hier vorne. Ach, da ist einer, okay. Hat der einen Bogen? Hast du da eine Ahnung vielleicht? Ne, der hatte nichts dabei, glaube ich. So, und du hast Spitzhacken dabei, ne? Ich habe zwei Spitzhacken sogar, ja. Ich kann dir eine geben. Okay, warte mal. Ich baue mal hier so ein bisschen mehr Fläche, dass du die jetzt nicht runterballerst. Hier, zack. Nimm dir. Ja, ja, ja. Da, danke. Okay, ich habe sie. So, ich baue mich einfach mal, ich baue mich mal so geradeaus rüber. Ah, aber die sind halt ausgerüstet und bauen sich da gerade rein. Oder, ja, ja. Ich mache jetzt die dreiste Aktion des Todes. Ich trade jetzt bei denen und kaufe mir Blöcke. So. Okay. Das ist mir jetzt, ähm. Oh Gott, sie sind hier drin. Sie gehen beide zu dir. Sie gehen beide zu dir. Oh mein Gott. Gehen aber oben. Ah, scheiße, ich werde sterben. Ich bin tot. Fuck. Ich nehme das Gold aus der Mitte, dann komme ich. Dann kaufe ich mir noch Sachen, dann bin ich. Ah, er hat mich down. Ah, nee, bin ich dumm, Alter. Ich kann mich jetzt nicht mehr hochbauen, weil ich keine Blöcke mit... Ah, nein, nein, nein. Oh, scheiße, Alter. Sie kommen, sie kommen. Okay, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme mit Blöcken. Sie haben mich noch nicht gesehen, glaube ich. Ich bin hier unten bei diesem Baum auf dieser Mini-Insel. Okay, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Scheiße. Ich kann aber nichts machen. Ich habe nichts. Pass auf, sie sind... Ja, ja, ja. Hol dir ein Schwert aus der Truhe. Okay. Ah, verdammt. Ja, ich denke, das war's. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Wenn ich noch einen runterkrieg, dann... Na, okay. Schneid's einfach so zusammen, dass wir gewonnen haben insgesamt. Sollen wir jetzt noch einen Siegelsschrei aufnehmen so schnell so? Siegelsschrei? Ja, das ist doch ganz... Das ist so, dass du ihn so perfekt noch einfügen kannst. Nice gemacht! Das ist geil! Wir kommen ab… Mm.. Ah! Der delivering ja... �럭